Aha, das war dumm, das war dumm, ich bin wieder hoch! So, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier oben! Sie sprüllen, diese Idioten! Ich hab' zu viel ausgespannt! Friss Feuer, du Hurensohn! Friss Feuier! Ich bin wieder da! Ich halte hier die ganze Zeit einfach nur drauf! Eigentlich ist der voll dumm! Ja, du hast mich einmal getraut, den Glückwunsch! Glückwunsch, du Pflaume! Ey, hier! Ich halte hier oben echt nur drauf! Guck dir das an! Oh, jetzt macht er natürlich noch weiter, diese Pflaume, ey! Ah! Shit, warte, ich brauch' ne andere Waffe! Ah, so! Die Kugeln sind explosiv! Ja klar, ist richtig! Liegt retiredryff und alleyways, geht's gut! Obutan, können wir nicht hoch spielen, oder was? Aha! Na ich hab' die Ansprée!! Na, BRAD! Na, COOPER! Ich weiß auch nicht so, wohin! Aha! Weg, weg, üzeriböber. Ah! Bleiben, bleiben! Geh' Left! Oh mein go.. Jaaaà! Hast du´s mal! Der weiß nicht, wohin will! Was, was? Halt durch, das schaffen wir! Au, 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 au! Der macht mir diesen Kugeln nicht viel Schaden! Na gut, siehst du los hast du! Au, 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 au! Stopp! Stopp, halt! Yeah! Noch ein Los! Oh nein! Oh was, was, was? Geh weg, geh weg! Der ist stark bei mir, halt für mich überhaupt! Oh Gott! Der muss sein Penis! Einfach weg vom... Komm einfach ans Dach und weg vom Fadenkreuz! Mit der... Ich schieße ihn nur für uns, ja! Witzel immer! Der Boss ist hart! Oh, Vorsicht! Ich glaube, dass... Als ob ich's geahnt hätte! Er ist nicht schwer, oh Gott! Aber das... Komm, das kriegen wir hin! Hier, auf die Seite! Oh, was! Oh, Mann! Immer schön drauf halten! Immer schön drauf halten hier! Den packen wir doch schon noch! Wär doch gelacht! Warte mal, du gehst hier nach oben! Ah! Oh! Ich war in der Lücke! Ich hab noch ein bisschen! Wieder hoch! Prost! Ich hab aber nur noch Feuer! Ich weiß nicht, ob ich damit ankomme! Leute! Damit bist du jetzt! Oh, shit! Schön drauf! Oh, Mann! Und du weg! Wir kriegen es schon noch! Nein! Was mach ich denn? Scheiße! Oh mein Gott! Das schaffst du! Das hängt jetzt alles an dir! Scheiße! Er hat nur noch 400! Komm! Nur noch 400! Oh, nee! Komm, jetzt halt drauf! Halt drauf! Du kriegst ihn jetzt tot! Halt drauf! Ja! Oh, was? Ich starte schnell! Oh, nee! Komm! Bitte sag mir, dass wir da starten! Du hättest da drücken können! Wo starten wir jetzt? Nicht! Euer Ernst! Ich, ich! Oh, schon wieder hier? Na, okay, aber... Irgendwann schaffen wir's! Also, die dritte Form ist nicht... Das ist ein Fassel! Ja, aber es ist eigentlich nicht schwer! Man muss nur ihn raushaben! Hier oben bist du sicher! Komm mal, herauf! Warte mal! Ich würde mich auch nicht sicher, dass ich ziemlich nahe dran stehe! Ja, und ich auch! Boah, ich kann hier immer schön gut auf ihn draufhalten! Aber mein... Ich seh... Ich merke grad, mein... Mein... Ähm... Meine Kombo-Waffe bringt bei ihm jetzt grad nicht viel! Grüß dich! Okay, du bleibst mal da und ich bleib hier oben! Okay! Ich halte immer schön auf ihn drauf! Weil hier trifft er mich so gut wie nie! Ja! Ich hab dich rausgelegt! Das schaffen wir ja schon! Wir müssen nur ein bisschen rauskriegen, wie die... Wie die Bosse ticken! Dann ist das eigentlich ganz einfach! Ja, komm! Komm mal! Hör mal auf diese Dinger zu werfen, Mensch! Kann's echt anhänglich sein, weißt du das? Das erinnert mich voll an ein Boss aus Mischief Makers! Ja, kenn ich! Schreck und gar nicht, wie ich das machen darf! Mhm! Hab ich zu Dauer gewonnen hier! So, jetzt geht das wieder los! Das hasse ich, weil ich das nicht kann! Ich hab jetzt grad so ne schön suchende Waffe, das heißt ich kann mich mehr aufs Dorton konzentrieren! Doppelsprung gemacht! Meine Wollte haben nicht wie! Achso! Doppelsprung wollt nicht wie du willst! Richtig! Au, 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 au! Ach, sag ich, ich bin nicht ganz einfach... Es ist gut, dass dieses Streufeuer tut nicht viel weh! Also, es tut nicht viel Schaden! Und... Bring doch, wie mein... ...unche Bastard! Sollen Sie streiten es aus! Nein, ich hab noch ordentlich Energie left und kann ihn schön aus der Distanz treffen! Oh, weg, weg, weg! Wieder rüber! Boah, lass mich. Ich hasse dieses Stück. Ja, das an der Seite hier ist echt zum Kotzen. Ja. Au, 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 au. Nein, noch nicht. Du hast ja noch ein kleines bisschen Leben. Und das... Und du hast 33 übrig. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ein anderer Boss? Das ist ein Revolver. Okay, aber der ist einfach. Der zielt in eine Richtung und dann schießt er auch dahin. Ja, du. Bleib du schön unten. Und bleib in Bewegung. Ich kann schön auf ihn draufhalten. Ich glaube, er muss nachladen. Wir haben schon wieder überzogen. Scheiß drauf. Schön ausweichen. Wow. Wow. Er hat mich nicht getroffen. Okay, der war einfach. Und jetzt geht's nach oben. Was ist... Was ist das denn? Chainsaw. Chainsaw, man. Chainsaw, man. Verschwinden aus diesem... Hippee. Das schaffen wir nicht. Doch, das schaffen wir. Komm, gib nicht auf. Ich darf schon. Ich gebe nicht auf. Nein. 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 Ich hab noch. Ich hab doch noch. Was? Ich hab doch noch ein Leben gehabt. Okay, komm. Ich schneide jetzt einmal schnell. Geht gleich weiter. Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.